Also besonders wenn man das Bett dreht, da merkt man schon den Unterschied, also doch sie sind wirklich besser. Sehr schön, es fährt sich gut rückwärts, vorwärts, also wie ist die Fahrt aus Patientenperspektive? Sehr angenehm, man sieht alles, es ist sehr bequem. Es fährt wie von alleine, mit dem Motor quasi. Also es fährt wirklich wie von alleine oder du hast zu viel von hinten, dass ich nichts mehr machen muss. Das ist ein Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020